Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Pony Bridge. Ich habe jetzt hier eine neue Runde gefunden, die werden wir gleich mal machen, ist ja nur die eine die neu ist, so dann müssen wir mit dem Truck, Monster Truck, da rüber, ähm, da könnte man zwei Versuche machen, einmal probieren über den Ballon irgendwie um rüber zu kommen, oder hier hochfahren, ach und drüber geht ja gar nicht, fahren ist ja da, sehe ich gerade, so, einzigste Makro ist, wir haben 25 Straßen nur, ähm, aber an das, denke ich mal, werden wir trotzdem schnell schaffen, auf jeden Fall. Okay, das Budget ist, das ist zu wenig, aber, das bleibt bestimmt ein bisschen Schnee, jawohl, ja, war. Dann machen wir so, ich würde sagen, wir nehmen drei Straßen, nehmen den Stahlträger, nehmen wir das Wood, im Wood, in unser Haus, und machen wir mal unsere berühmten Dreiecke Wein, das müssen wir jetzt so heißen, schauen wo dann landet, wie war das nochmal mit dem Verschieben, wiederholen. Okay, bisschen mehr an. 50% 120% Oho, okay, bisschen weiter weg. Weiter rüber. Probier es. Da bitte. So genau, wie es geht, ah, okay, pass. So genau, wie es geht. 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 Ah, okay, pass. Space ist Pause. Okay. Dann nochmal. Da war der. Also. Dann knallen wir mal hier so. Und steigen. Hier so ein Road. So. Wollen wir mal hier den Mutz. Die sind unterhalb. Die sind runter. Soll ja nicht schön aussehen. Soll ja nicht funktionieren. Hehehe. Soll mir irgendwo schon denken, dass das passiert. Okay. Soll ich jetzt. Oh. Bye. Oh. 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 Okay. Das zählt hier nicht so richtig. Aber wir machen ja. Ganz. Relax. Werte man euch richtig. Nur ein rüber da. Und. Und. Okay. Ach jetzt. Look it. Okay. Warte mal. Warte mal. Dann machen wir es mal anders. Wir nehmen hier den Streifern. Wir sitzen eben da rein. Und. 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 Hör mal. Und. 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 Ach. Machen wir nur. Kann doch nicht wahr sein, mach gleich einfach, trotzdem hier einfach so weiter, mal schauen ob das trotzdem passt. Ok, da rein, kann man an Bord nicht bleiben. Immer hier, ich bringe da 1, 2, 3, mehr oder nicht, und ich will nicht gleich 2 aufnehmen, da kann doch nichts werden. 12, 12, 12. 12 haben wir noch. Entschuldigung, das wird ganz, ganz schön, GANZ. Mensch, komm schon, geht auch. Gut, 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 gut. Ach, so, und, denn da rein, und, denn, 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 so, da hin, so. Schauen wir mal was. Ne, dann schauen wir mal mit, dass das hier passiert. Ah, ok. Er spricht rüber, und, ach ne, Leute, was macht man doch? Geht so aber, er ist versprung, bald versprung, und, einmal ist nichts rein hier. Kriege ich hier nicht einen Runca? Warum kriege ich hier keinen Runca? なるほど, jetzt mache ich es dabei schon mal mit ihnen. Das sieht doch sehr sexy aus, ja. Let's go, try again. Wer ist eigentlich hier? Ein... Lichtig. Unnötig. Okay. Denk mal. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Einmal. Den können wir hier wieder öffnen, weil da fängt da nichts. Ich glaube ich. Wenn es... Boah. Da kriegt der ja doch was. Was macht ihr mit mir hier? Er kommt hier nicht mehr in Fahrt. So vielleicht. So erst recht nicht. Wir haben uns wieder eine hoch. Und hier brauchen wir wieder schon Woodkreuzlein. Aber irgendwie muss sich hier was ändern. Der kackt hier sowas von ab. Wie kann man den denn noch machen? Wie krieg ich das hin? Das hier... Die Brücke nicht zusammen kracht. Mensch. Steal. 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 Die 생겼den. Die sind denn auch noch zusammen. Doch. Ne. Ach, ich wollte auch Stahl nehmen. Kein Holz. Okay, Farber. Ah, Bänder. Bänder. Och, ne. Okay, man guckt schon mehr zum Beispiel. Ich muss erstmal jede Brücke so richtig hinbauen, dass sie dann nicht zusammen kracht. Warten wir mal erstmal den hier. Jetzt sind die drei Punkte. So. Oh, ich hab Katrin. Katrin Barbarossa. So. So. Ja, ich konnte mir irgendwie schon denken, dass das passiert. Wo? 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 Der muss hier weiter runter. Ichлив ich davon aus. Oh Shiiiint. Das sah schonmal gut aus. Ich würde sagen, wir gehen nochmal einen Zackel hoch, so, so, und jetzt springt er viel zu hoch, finde ich, also viel zu steil, so der jetzt springt, und die belassen ihn jetzt auch zu groß. Kann man hier nicht so eine Mega Road machen nach oben? Ein Stahlträger, aber ein paar Stahlträger mehr. What? Nee, kein Split. Habt ihr noch hier kein Traulik von der Oppelbräuch im Split? Hallo? So, und jetzt machen wir nochmal so ein schön Dreieck rein hier. Zeig, zeig, zeig. Ich hab' die Dreiecke voll, sonst klappt die Brücken jetzt zusammen. Ich denk' mal, der Sprüche können wir bis dahin. Denk' ich mal so. Oh, Such! Ah, mein Dicker! Ah, komm ich die Neu... Ah, komm ich... Ich brauche aber viel Geld. Der reicht. So, hier rüber. Puh, was? Ach nee. Was? Hm. Das ist glaube ich hier. Der bricht auch alles. Marmor, Stein und Altenfilter. Nur meine scheiß Brücke. Obwohl, der bricht auch. Los, komm doch. Oh. Oh, Geld. Oh. Alter, was? Ich dachte, der Springer bis da vorne hin. Der ist mir ja bis da hinten gesprungen. Wart mal. Und die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Ups, vielleicht brauchen wir die ja doch. Ich hab ja nichts gesagt. Oder? Ich hab nix gehört. Nur lieber weg. Und weh weg. Weh weg. Weh weg. Wen auch weg. Was machen wir denn nur... Die Brücke stelle ich irgendwie so an. Und jetzt mal weg. Ich hab ja den Brücke noch mal weg. Wie ist es? Ja, wir brauchen den Brücke. Und jetzt mal der Brücke. Ich hab das hier wieder. machbar. Soll ich jetzt einfach mal. Ist jetzt wahrscheinlich nur ein bisschen zu steil. Da ist jetzt ein Huckle drin. Das geht auch nicht. Das sieht auch nicht besser aus. Mensch. Oh, krank gemacht. Aber jetzt kommt es schon. Okay. Warte mal, machen wir es mal hier. Da kommt er irgendwo auf. Wir benutzen hier einmal einen Holzbalken. Ein Stahlbalken. Das ist nicht mehr Stahlbalken. Oh, woody. Woody ist woody. Woody ist woody. Ja. Oh, okay. Ich glaube, den hier brauche ich gar nicht. Brauche ich hier auch nicht. Ich brauche hier nur einen Stahlkräger. Hier auch noch 2 Reihen. Kann doch nicht wahr sein. Warum brechen in die Stahlträger? Jetzt aber nicht mehr. Klar, bricht auch. Warum denn nur? Und jetzt sind wir noch. Was übersehe ich heute? Die 3 brechen. Die 3. Die 3. Also die Brücke bleibt stehen, aber es brechen immer noch 2. Oder 3. Wie wärs, wenn wir jetzt die hier wegnehmen. Und sowas reinsetzen. Das kann doch nicht mehr brechen. Klar, bricht das noch. Nein. Komm auf, komm bricht da. Da hatte ich doch schon mal was anderes gehabt. Warte mal, fällt mir grad ein. Das hat doch schon so lange immer gespielt, dass die ganzen Pricks es nicht mehr weiß. So, jetzt aber. Wir machen hier noch so eine Roadtrain. Mit einem Holzstück verbunden ist. Das nur die bricht. Und nimmt natürlich den Sturz an. Stahl. Stahl. Und nochmal Stahl. Ja. Komm, angesammt. Jetzt trichst du nicht mehr. Gut. Na gut. Dann machen wir hier diese Stahl-Dreiecke rein. Dann machen wir hier wieder diese Stahl-Dreiecke rein. Dann machen wir hier wieder diese Stahl-Dreiecke rein. Verbinden das alle so miteinander. Verbinden das alle so miteinander. Und. Immer noch. So, jetzt. Das ist besser. Kopieren. Kopieren. Nein. Ausschneiden. Kopieren. Das brauchen wir ja den jetzt nicht mehr. Weil das ist ja sowieso ein bisschen langsamer. Na ja, ok. Kopieren. Nein. Ausschneiden. Ausschneiden. Da rein setzen. Und jetzt aber. Dann setzen wir hier nochmal so eine Straße rein. Mit Stahl-Träger. Und. Drücke die Daumen, dass es jetzt passt. Dann müssen wir den hier höher setzen. Und. Die holt das an. Hauptsache fällt nicht ins Wasser. Aber. Fällt ja doch ins Wasser. So. Die ist eine Summe. Sauer die. Nein. Man muss hören. So. Jetzt aber. Komm schon. Gib dein Bestes. Ist das hier hoch? Ne. Die muss auch hören. Oh. Das. Das passt jetzt gleich. Jetzt klettert er hier gegen. Volles Hund. Er geht nicht unter. Komm, 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 komm. Mhm. So. Nee. 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 Gibt's aber. Und jetzt sieht schon aus wie fast was aus dem Tisch hier. Vielleicht freut er ja jetzt weiter. Wow, ist das ein K.O. Eine Route. Ein Stahlträger. Und schau mal wie es aussieht. Ah, ne. So, aber jetzt. Also das war gerade eine richtig schlechte Idee. Also den wieder hoch. Den wieder hoch. Und den auch. Ein hoch. Ah. 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 lassen? Nein, auch nie. Jetzt ne? Das riecht er da oben gleich weg. Doch kommt schon oben. Wenn er sich einmal dreht, kann man vergessen. Das wird doch nichts mehr. Der darf sich also nicht drehen. Das riecht weg. 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 Kommt schon. Das riecht weg. 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 Dann machen wir mal. Noch eine Road. So eine Abfangroad, wie ich bei der anderen Strecke auch habe. Das riecht weg. Das riecht weg. Das riecht weg. Aber jetzt. Ah, hier. Wer hat die drei Punkte? Wer hat die drei Punkte? Wer hat die drei Punkte und der hat die zwei Punkte. Wer hat die drei Punkte? Welche Punkte? Was? Leute, das kann doch nicht wahr sein hier. Wer jetzt drauf kommt, Bricht das hier glaube ich und dreht sich so weg. Naja, also ähnlich. Und das machen wir jetzt. Immer noch was Falsche. Und jetzt so. Ich schreibe noch einen Zacken weiter nach links. So, das ist jetzt eine Fischform. Der richtige Fischform. Und da ist es ein Schmack. Hm, das ist ein Schmack. Bist du wirst. Ja, ich weiß nicht. Aber das ist das Schmack, aber es ist ein Schmack. Ich bin ja schon ein Schmack. Und jetzt schon? Komm schon. Nein! Auch nichts. Kann man jetzt hier so eine Straße reinsetzen? Das bringt glaube ich auch nichts. Oh, 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 yes! Oh, 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 oh! Hey! Lupping! Hm, straße. Boah, ich bin ja jetzt schon voll lange dran. ich probiere es jetzt weiter ich mache jetzt einen kleinen Cut und zeige euch gleich die Brücke, denn es fertig ist bis gleich wow, ich hab's geschafft ach, überm Budget Mist, warte mal try again so dann könnte ich das ja gleich alle wegnehmen was, was kommt da nicht drüber ich bin doch gerade drüber gekommen hey das Spiel macht mich immer so wie man soll pass auf, jetzt springt der wieder ganz anders aber ein Grad ich hab's geschafft ich hab hier Sachen weggenommen und er springt ganz anders wie vorher ich glaube jetzt, ich zeige es euch wie ich gebaut habe ich habe hier den so gebaut da springt der hoch über den Ballon und dann wieder gerade so rein aber jetzt nicht mehr was ist das das muss doch hier völlig verrückt ich bin doch hier er kann auch eigentlich nicht anders springen nur weil ich hier hinten was ändere das Spiel hier da stimmt was da geht was nicht mit dem rechten Ding zu so, er springt landet auf jetzt springt es nur jetzt springt es nur jetzt nicht mehr noch mal er springt und ok 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 Es ist schon zu spät geworden. Nee. Ich dachte, man muss auch so gassen. Ähm, hier. Hier. Rüberspringen. Ich weiß nicht. So, er hat durchgekommen. Hat nur noch hier ein paar Sachen weggenommen und schon kommt der Nummer durch. Ah, klar. Jetzt spüren ich ihn jetzt weit. Jetzt spüren ich ihn jetzt weit. Ach, alles zu viel. Nee. Jetzt aber. Ja, ja, ja. Perfekt. So, jetzt habe ich es auch noch unter dem Budget geschafft. Endlich. So, Leute. Das war jetzt diese Runde. Und jetzt habe ich nur noch die eine einzige Runde hier ganz hinten. Die mit den drei, die schaffe ich nicht. Ich habe da, ich glaube, eine Woche dran gesessen. Ich bin zwar rübergekommen. Aber nie unter dem Budget. Ich habe auch keinen YouTuber gesehen, der da eine Lösung für hat. Obwohl, ich könnte jetzt nochmal nachschauen. Vielleicht hat jetzt mal einer eine Lösung. Aber ich habe keine Probleme. Das ist die einzigste Brücke, die ich fertig mache. Naja, egal. Das war's für heute. Ich habe euch jetzt die eine Länge gezeigt für die eine Brücke hier hinten. Wenn ich wusste, dass sie das war. Das war dieser, ne? Eis. Ja. Okay. Ich habe euch die Brücke gezeigt, wie ich sie gebaut habe. Es gibt wahrscheinlich noch tausend andere Möglichkeiten. Aber es war jetzt mal. So. Bis dann. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video seid. Bis dahin, DJ. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.